No such. So nannten die Mongolen die Menschen, die mit der Grabe geboren wurden, die Sprache der Pferde zu verstehen. Opa, kannst du nicht einmal aufhören mit dem Märchen? Was ist das denn? Typ Feindlohn. Typ Haviamarsch? Wenn ich wenigstens irgendwas könnte. Na immerhin. Mit drei in Religion. Das Feriencamp kann ich jedenfalls typen. Was? Wir haben eine Entscheidung getroffen. Du verbringst die Ferien bei deiner Großmutter. Auf dem Friedhof. Du hast auch noch eine andere Großmutter. Du bist also Mika. Ziemlicher Satansbraten, was man so hört. Welche Klasse? K&R. K&R? Kann nicht reiten. Na dann auch viel Spaß auf Kaltenbach. Frau Kaltmars Enkelin ist dort rumgewandert und eingeschlafen. Sie hat wo geschlafen? Bei Ostwind. Dieses Pferd ist gefährlich. Der trägt seinen Namen nicht umsonst. Ostwind. Ich will nicht, dass sie noch einmal unbeaufsichtigt hier herum wandert. Ähm. Ja, ja, natürlich. Oh Mann! Archibald hat sich in eine Kuh verknallt. Er ist wie ein Spiegel. Mika fühlt wie das Pferd. Mika hat sich doch nie für Pferde interessiert. Der ist völlig unbrauchbar. Ist er nicht! Sie spürt ihn. Ganz wenige Menschen besitzen diese Fähigkeit. Ich bin vielleicht die Enttäuschung eures Lebens, aber ich weiß jetzt ganz sicher, was ich kann. Er könnte an diesem Turnier teilnehmen. In vier Wochen kann kein Mensch reiten lernen. Ich bin soweit. Bevor ein Mensch auf ein Pferd steigt, muss er drei Dinge beherrschen. Balance. Rhythmus. Koordination. Und viertens. Viertens? Sie haben drei gesagt. Ausdauer. Ich habe noch niemanden gesehen, der eine so starke Verbindung zu Pferden hat. Jetzt hast du's. Was machen wir jetzt? Das, was ihr am besten könnt. Fliegen. Ostwind. Ab 21. März im Kino. Ich weiß, ich sehe komisch aus. Du aber auch.